Wo geht's hin? In die Meer! Vor einem Jahr bin ich auch da gestanden. Und jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei. 3. Klasse, das war's. Einen Blick, haben wir zusammen geräumt? Wohl, ja. Ich glaube, das kann man so gelten lassen. Na dann, lass uns aufgehen. Dann machen wir ein letztes Mal noch. Die Fenster zu. Das war's. Jetzt weiß ich gar nicht, wie sich das alles zusammenschneiden lässt, was ich da aufgenommen habe. Aber das war auf jeden Fall die Abschlussfeier von den vierten Klassen. Und jetzt schmeißen wir uns da noch in Regen. Also schon indoor. Mit allen Lehrern noch ein gemeinsames Mittagessen. Ja. Alles. Die Krass ist Innere. Das war's. Das war's, das war's, das war's. So, wie sagt man so schön, machen wir jetzt den Deckel drauf oder, so jetzt machen wir den Sock zu, ich würde einfach sagen, machen wir das Licht aus. Das war's mit der 3B und nächstes Jahr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Und jetzt ab in die Ferien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.